aber wieder zurück wechseln und kriegen das auch hin zu perfekt aber geht auch übrigens an alle YouTube Zuschauer das heißt alle die gerade auf YouTube zu gucken euch ist natürlich auch nicht verboten hier mal vorbeizuschauen ähm alle Twitch-Sauer ich veröffentliche die Streams alle auf YouTube das heißt auch wenn ihr Clips erstellt zum Beispiel wenn ich jetzt hier mal einen feinen Clip erstelle